Heute wieder nur technische Probleme, man, man, man. Letzte Woche haben wir die Programmsaison von ProSiebenSat.1 durchanalysiert. Ob man das so nennen kann, weiß ich nicht, aber wir haben es einfach getan. Heute sind jetzt nun die Sendungen und Shows von RTL und VOX dran. Letzte Woche waren ja die Screenforce Days. Das alles jetzt hier bei Thema. Und damit herzlich willkommen zu Derchow-TV-Thema am heutigen Donnerstag. Der, ich glaube, vorletzten Sendung, bevor wir in die Sommerpause gehen. Ich müsste ganz genau noch mal kurz auf meinen Kalender lunzen. Das ist der Fall. Tatsache, vorletzte Sendung, vor der Sommerpause. Also nächste Woche noch eine Sendung. Dann werde ich mich in den verdienten Urlaub erstmal zurückziehen. Bevor das erstmal noch in weiter Ferne liegt, werden wir heute erstmal über das reden, was wir letzte Woche schon getan haben. Und zwar nämlich haben wir letzte Woche über die Neuheiten und über die Programme der Sender des Konzerns ProSiebenSat.1 Media SE geredet. Vorwiegend über die deutschen Sender ProSiebenSat.1, Kabel1 und so weiter. Das geschah aber alles im Rahmen der Screenforce Days, die unter anderem in Köln stattfanden. Was heißt unter anderem, sie fanden in Köln statt. Zwei Tage lang haben die Fernsehsender, aber auch die Werbefirmen ein bisschen vorgestellt, was sie in der nächsten Saison machen werden. Auch kleinere Sender wie Sport1, aber auch Pay-TV-Sender wie Sky haben ihre Programme vorgestellt für die kommende Saison, die ungefähr Ende August beginnt. Also jetzt ist im Moment das Sommerprogramm. Das Hauptprogramm, also wie man das ja immer so schön nennt, ist ja jetzt in der Sommerpause. Ja und wir beginnen und wir machen heute weiter und das ist auch dann geradewegs der letzte Teil, weil alles andere nicht so erwähnenswert ist, dass man bei Sky sagen kann, juhu, man holt den Quatsch Comedy Club zurück bei Sport1. Man will ein bisschen mehr was anderes machen außer Fußball, weil man alles verloren hat an Rechte. Kommen wir zur Mediengruppe RTL. Geradewegs zwei Sender haben viel präsentiert und das ist einerseits RTL selbst und Vox. Und wir beginnen mit RTL, denn RTL hat ja auch mit Quoten zu kämpfen, beziehungsweise nicht nur mit Quoten zu kämpfen, sondern auch mit Quoten schon, aber mit niedrigen Quoten, sinkenden Quoten und das auch bei US-Serien. Also nicht nur wie bei ProSieben, wie wir darüber geredet haben, sondern auch bei RTL ist das Ganze gewesen. Shades of Blue unter anderem war ein letztlicher Flop für die Kölner. Bei uns, die Knochenjägerin, musste das Ganze anscheinend mal wieder ein bisschen retten am Dienstagabend. Klar, dass man dann in den Screenforce Day keine einzige neue US-Serie angekündigt hat, sondern eher sagt, wisst ihr was, wir machen den ganzen Scheiß selbst. Und hat RTL gesagt, dann machen wir das auch. So hat man fünf neue eigenproduzierte Dramaserien in Auftrag gegeben, was schon bekannt war, worüber wir aber nicht berichtet haben, denn aktuell sind ja in eigenproduzierten Serien Cobra 11 und Der Lehrer natürlich dabei. Klar ist, dass es jetzt auch eine Neuigkeit in den Serien geben wird. Wir werden auch gleich über einzelne Serien noch einmal reden. Und zwar hat man ja mit dem Arbeitstitel Plötzlich Anwalt auch eine Serie bekannt gegeben, die nun inzwischen umgenannt wurde in Back is Back. Und zudem hat auch RTL verraten, dass Bad Cop Kriminell Gut noch in diesem Jahr auf Sendung gehen wird. Vor allem in den Serien sollen es zunächst zehn Folgen produziert werden. Ebenfalls bekannt ist auch, dass Beste Schwestern in diesem Sommer eine weitere Sitcom an den Start gehen wird bei RTL, damit man auch anscheinend mehr was zum Lachen hat. Außerdem sollen auch neue Filme kommen. So soll Passagier 23 und das Joshua Profil, zwei Bestseller von Sebastian Fitzek, verfilmt werden. Darüber werden wir gleich auch noch mal ein bisschen schnacken. Im Bereich Show wird RTL auch viel mit Frank Buschmann machen, der jetzt in der nächsten Saison neben Sky auch bei RTL zu sehen sein wird und mit ProSiebenSat.1 generell nichts mehr am Hut hat. Denn dort wird man eine neue Show an den Start bringen, die heißt Buschi vs. Köppen. Da werden Jan Köppen und Frank Buschmann miteinander um die ganze Welt gemeinsam mit Promis Aufgaben meistern. Also das ist schon so ein bisschen das Duell um die Welt in einer Version von RTL. Jenke von Wilmsdorf, den man ja sonst durch seinen investigativen Journalismus und durch seine Sachen, durch das Jenke-Experiment sehr gut kennt, bekommt auch eine Show. Die nennt sich Kopfgeld. Dort sind sechs Kandidaten gemeinsam in der Wildnis ausgesetzt worden und müssen eine umwegsame Strecke zurücklegen. Jeder der Teilnehmer hat einen bestimmten Wert, wobei vermeintlich der schwächste am meisten Wert ist. Und darüber, dann wird es auch darum gehen, dass eine Teamleistung zu zeigen ist und alle Kandidaten müssen gemeinsam ins Ziel kommen. Denn nur dann winkt auch der Hauptgewinn in Höhe von jetzt kommt 101.000 Euro. Ja, also 100.000 mag schon nur etwas brutaler anscheinend. Ja, könnte man auch sagen. Das könnte man auch wiederholen. Aber dann nicht bitte mit Inka Bause. Das ist ja auch eine gute Möglichkeit. Weitere Neuheiten im Bereich Show gibt es auch bei RTL mit Im Spiegel der Anderen, wo sich Promis selbst einschätzen müssen. Also wie sie sich selbst so sehen, anstatt von anderen gesehen zu werden. Klingt aber auch schon so wie so die Hochnäsigkeitsshow. Außerdem Showdown der weltbesten Magier mit den Ehrlich Brothers kommt auch zu sehen. Die Weltrekordshow der zwei Brüder erzielte ja im letzten Jahr einen Marktanteil von 20%. Da hat sich RTL wohl dann gedacht, wisst ihr was, Magic hat ja so gut auch mit David Copperfield früher mal funktioniert. Hat man das früher, glaube ich, bei RTL gezeigt? Ich denke mal schon, das muss wohl so gewesen sein. Und deswegen werden die auch dann zwei Primetime Shows kriegen. Geplant ist dort auch eine Menge. Außerdem gibt es auch schon andere bekannte Shows, die schon dabei waren. The Big Bounce sowie das Real-Life-Format This Time Next Year und Zahltag ein Koffer voller Geld werden auch ins Programm für die nächste Saison kommen. Bei The Next Time Next Year ist, wie schon auch vermutet worden, wird Jan Hahn, der ja bei RTL Plus das Glücksrad moderiert und bei RTL im Moment ja nur beim Morgenmagazin Guten Morgen Deutschland zu sehen ist, wird dort die Moderation übernehmen. Außerdem macht RTL eine Sendung mit dem Namen Come Back oder Weg und schickt Promis zurück in ihre Kindheit. Schon im Sommer, also schon am kommenden Wochenende, wird nämlich The Wall starten. Eine Quizshow, wo man nämlich bis zu einer Million Euro gewinnen kann. Das wird von Frank Buschmann moderiert. Keep in the Family wird auch im Sommer starten mit Daniel Hartwig. Außerdem kehrt Ninja Warrior Germany zurück, auch ein bewährtes Format, was im letzten Sommer bei RTL gut eingeschlagen hat, wie eine gute Bombe. Comedy darf bei RTL auch nicht fehlen. Man wird Bühnenprogramme von unter anderem Ralf Schmitz zeigen, Carolin Kebekus, Dieter Nuhr und natürlich von dem einzig wahren Mario Barth. Ken Sie, Ken Sie, Ken Sie, so ungefähr. Wir haben ja auch von den Serien vorhin gesprochen, die RTL planen will, aber auch machen will. Und da gibt es unter anderem auch Serien und Filme, mit denen RTL an den Start gehen will. Beispielsweise ist es so, bei Bad Cop Kriminell Gut geht es in dieser Crime-Serie um den kriminellen Jan Stark, gespielt von David Roth, der nach dem Tod seines Zwillingsbruders nicht nur in dessen Rolle als Kommissar, sondern auch in die Rolle des Ehemanns und Vaters schlüpft. Produziert wird das Ganze schon seit Ende März schon in Hamburg von der Talpa Germany Fiction GmbH. Also Talpa hat da seine Finger im Spiel, so gesehen auch ITV, weil es ja dazu gehört. In den weiteren Rollen unter anderem Daniel Roddick, Alma Leichberg, Victoria Flair und Lisa Marie Trense sind dort zu sehen. In Lifeness, eine Produktion von Sony, nimmt Ex-Truppenarzt Alex Rohde, gespielt von Jan Hartmann, in seiner neuen Wirkungsstätte in einem Krankenhaus natürlich, mit ganz eigenen Methoden den Kampf für mehr Menschlichkeit im System auf. Dabei gerät er in selten zwischen den Fronten, aber auch in Wirrungen von einer alten Liebe. Also auch etwas ganz Besonderes. Dann gibt es noch die Serie Jenny echt gerecht. In der gleichnamigen Serie muss die Jenny nämlich, gespielt von Birte Hannusrichter, die ist eine alleinerziehende Mutter aus einfachen Verhältnissen und mit dem Herz auf der Zunge. Als ungelernte Anwaltsgehilfin schafft sie es, ihren Anwalt und neuen Chef, gespielt von August Wittgenstein, nicht nur die Fälle, sondern auch den Kopf zu verdrehen. Das wird ebenfalls von Talpa Germany Fiction präsentiert. Die erwähnte Serie Back is Back, die vorhin ganz anders hieß, nämlich plötzlich Anwalt, geht es um Hannes Beck, gespielt von Bert Tischendorf. Er ist vielfacher Vater und Hausmann, doch er bekommt Schlag auf Schlag. Seine Frau geht fremd, er wirft sie raus und nun steht er alleine mit den vier Kids da. Jetzt muss Hannes zum ersten Mal auch arbeiten gehen als studierter Jurist und mit einer schlagfertigen Unterstützung seiner russischen Putzhilfe. Der Jasmina, gespielt von Andrea Schneider, einer ehemaligen Richterin, muss er als Pflichtverteidiger die ganz schwierigen Fälle übernehmen. Hier hat Ufa Fiction seine Finger im Spiel. Bei den zwei Filmen, um die es geht, einerseits Passagier 23, geht es um das mysteriöse Verschwinden von Menschen auf einem Kreuzfahrtschiff und in dem Joshua-Profil, da geht es nicht um Joshua Kimmich, nein, keine Angst, wird ein Mann zum Gejagten, der noch gar nicht weiß, dass er ein entsetzliches Verbrechen begehen soll. Sprich, er muss fliehen, weiß aber nicht, was er noch nicht getan haben soll. Klingt auch recht interessant, ob das was wird, wird man wahrscheinlich sehen. Barbara Thielen von Ziegler Film Berlin wird sich für Passagier 23 und Passagier 23 kümmern. Bei dem Joshua-Profil wird Ufa Fiction, hier wird Jörg Winginger der Produzent sein, wird das Ganze laufen. Die Dreharbeiten zu dem Film sollen noch in diesem Jahr beginnen, wahrscheinlich erst nächstes Jahr. Wahrscheinlich wohl Mitte, also zu Ostern bestimmt oder so wird das bei RTL zu sehen sein. Man weiß es auch noch nicht genau. Schauen wir aber dann zu dem anderen RTL-Sender, der seine Programme für die kommende Saison auf dem Screenforce Day letzte Woche präsentiert hat. Und zwar nämlich geht es um den Sender mit dem roten Ball. Und zwar nämlich, ob das eher eine rote Kugel, kein Ball. Ball ist Sat.1, Kugel ist Vox. Es geht um Vox. 20% Marktanteil hat man damit rumgeprallt mit Sing mein Song. Neue Staffel läuft ja schon, geht aber auch ein bisschen bergab. Alleine auch wegen Fußball, Conflict Cup und U21 sind ja noch diese Woche. Trotzdem zeigt sich der Sender selbstbewusst, um natürlich potenzielle Werbekunden auch gewinnen zu können. Und man hat unter anderem viel vor. Die Hülle des Löwen, Club der Roten Bänder, Kitchen Impossible und Sing mein Song sind natürlich die großartigen Produktionen, die natürlich losgehen wird. Wir fangen mal einfach mal mit der Club der Roten Bänder an, denn die gehen ja in die dritte und letzte Staffel. Was ja auch klar ist, die Dreharbeiten sind schon voll im Gange. Im Herbst soll das ja alles kommen. Außerdem soll auch direkt nach der Club der Roten Bänder oder soll halt nachdem ja dann der Club der Roten Bänder beendet wurde, dann auch eine neue Serie in Planung sein. Und schon in dieser Saison kommt eine neue Serie mit einer Koproduktion der Mediengruppe RTL, dem französischen Fernsehsender TFA und NBC Universal Comments, nämlich mit Gone. Außerdem nimmt Vox die Serien Big Little Lies mit Reese Witherspoon und Nicole Kidman wieder ins Programm. Außerdem auch mit Imposters gibt es auch etwas ganz Besonderes. In Sachen Fiction bzw. Dokumentationen oder halt sowas wird man mit Ich einfach unvermittelbar adaptiert man das britische Format Employable Me. Entschuldigung, mein Englisch ist auch nicht mehr so gut. Darin nimmt sich der Sender Menschen an, die beispielsweise am Tourette-Syndrom oder auch an Autismus leiden. Sie verfügen auch oft über außergewöhnliche Fähigkeiten wie etwa beispielsweise mathematische Hochbegabungen oder enzyklopädisches Wissen. Und die sollen trotz häufig ihrer Intoleranz und Unverständnis finden sich schwer einen Arbeitsplatz. Und da will Vox halt auch ein bisschen dabei helfen, dass sie Arbeit finden und das Ganze auch hinbekommen. Außerdem ist geplant eine Doku mit dem Namen One Night With My Ex, ist der Arbeitstitel, kommt ebenfalls aus Großbritannien. Paare, die sich getrennt haben, verbringen nach längerer Zeit noch einmal den Abend miteinander und haben so die Chance vielleicht viel gesagte Dinge, ungesagte Dinge zu besprechen. Hoffentlich nicht nur Beleidigungen, sondern auch vielleicht das, was man hätte in der Beziehung sagen müssen. Wer weiß, ob das je so gut laufen wird. Am Ende stellt sich dann die Frage, gibt man sich noch eine Chance oder bleibt man einfach nur Freunde. Mal schauen, ob das was ist. Aber meistens ist es so, dass das eher die Freunde machen müssen und nicht ein TV-Sender. Noch eine weitere Idee kommt aus dem Vereinigten Königreich in das Vorstellungsgespräch. Werden nämlich echte Bewerber auf echte Chefs treffen. Also sprich, es wird ein echtes Vorstellungsgespräch geben. Aus verschiedenen Perspektiven wird das gefilmt und wird in einem Einblick gegeben, in dem auch höchst angespannte Situationen, die normalerweise hinter verschlossenen Türen stattfindet, nur noch sehen können. Also es bedeutet, wer sich dort bewerben will, soll das lieber nicht tun. Wer sich sagt, ich habe mega Lampenfieber bei solchen Sachen, die habe ich auch meistens immer. Aber das ist halt meistens menschlich. Die Doku-Reihe Familienbetriebe wird es ebenfalls auch geben. Dort geht es um im Alltag von Kleinunternehmen, die gemeinsam mit ihren Familienmitgliedern alles zu geben, um das Familiengeschäft auch zum Laufen zu bringen. Dann gibt es noch die Notrufzentrale, wo unter anderem, und das kommt aber diesmal nicht aus Großbritannien, sondern aus Belgien, wo man den Einblick von Polizisten und Feuerwehrleuten und in Einsatzleitstellen bei der Arbeit mitverfolgt. Wo man sich aber wieder trauen möchte, ist ein erneuten Versuch einer deutschen Adaption. Die gibt es beim britischen Format First Dates. Dort wird Roland Trettl nämlich in seinem Restaurant Single aus ganz Deutschland begrüßen. Da geht es nicht nur darum, dass man in seinem Restaurant lecker essen kann, sondern auch, dass man bei einem Dinner möglichst schnell einen Partner kennenlernt. Also quasi ein Blind-Date im Fernsehen. Also ein Blind-Television-Date könnte man es nennen. Die Paarungen der Dates sind dabei aber auch kein Zufall, sondern anhand von Vorlieben und Abneigungen ausgewählt. Also bedeutet, dass es Gemeinsamkeiten gibt, dass man sofort an einem Tisch sitzt und sagt, boah, du auch? Nein, ist nicht wahr. So ungefähr soll das laufen. Die Zuschauer erleben dabei halt das Ganze und ob sie sich dann wiedersehen werden oder halt auch nicht, das wird dann auch dort gesehen. Außerdem, Detlef Stevens, den kennt man ja. Meistens baut er immer bei Up and Speed irgendwelche schöne Sachen, rastet dabei meistens auch gerne aus. Ist nicht böse gemeint. Bekommt wieder was zu tun und wird er nämlich sich das Traum vom Eigenheim verwirklichen. Detlef baut ein Haus, wird das Ganze heißen. Doch dafür muss er allerdings ein 100 Jahre altes marodes Elternhaus dafür auch abreißen. Also vom Abriss bis zum Neubau bis zur Fertigstellung wird es dabei auch gehen. Außerdem die bekannten Quoten-Highlights wie Sing My Song, Die Hülle der Löwen, Kitchen Impossible und Promi Shopping Queen sowie Ewige Helden werden auch weiterhin laufen. Sechs Mütter hat ebenfalls bei Vox ja auch überzeugt und geht in eine zweite Staffel. Und Grill den Henssler, das ist ja die große Frage, wie es da weitergehen wird. Denn es wird ja jetzt noch im Sommer diese Specials geben, die Grill Specials, die Sommerspecials. Doch was danach kommen wird, ist nicht bekannt. Denn Steffen Henssler hat ja bekannt gegeben, dass er von Vox zu ProSieben wechseln will. Bei ProSieben wird er ja Schlag den Henssler machen. Ob er irgendwann selbst auch noch eine eigene Late-Night-Show bekommt, das bezweifle ich. Aber Steffen Henssler wird im Sommer zum letzten Mal bei Vox sehen. Wie es dann halt mit der Rommikoch-Arena, wie sie ja vorher hieß, weitergehen wird, ist nicht bekannt. Ich würde aber glaube ich wohl eher Vox empfehlen. Das ist nur meine Meinung dazu. Aber da könnt ihr auch gerne selbst dazu was sagen. Generell zu diesen ganzen Themen. Alles in die Videobeschreibung, in die Kommentare. Dazu gleich mehr. Und mal schauen, wie es dort ausschauen wird. Ja, das ungefähr sieht so aus bei den ganzen Sendungen und Filmen von RTL und von Vox. Was super RTL, RTL 2 und auch RTL Nitro sowie auch RTL Plus Vorhaben ist nicht bekannt. Bei RTL Plus ist es ja so ein Schloss am Wörthersees dazugekommen. RTL Samstag Nacht nur ein Best Office dazugekommen. Da gibt es ja anscheinend irgendwie rechtliche Probleme. Bei super RTL, mal schauen, wie man sich da konzentrieren will. Der super Toy Club soll ja zurückkehren. Bei RTL 2, da gab es jetzt in dieser Woche ja die Meldung, dass der digitale Internetsender von RTL 2, RTL 2U, schon morgen eingestellt wird. Darüber gibt es mehr am Samstag bei Update Medien. Eigentlich sind wir auch schon so gut wie am Ende dieser heutigen Themasendung. Also eure Meinung gerne zu diesen ganzen Formaten, zu dieser ganzen Sache, zu diesen ganzen Sendungen und ob ihr es euch wirklich angucken wollt, schreibt es euch gerne in die Kommentare. Es ist wirklich auch sehr zu sehen, wie RTL und Vox halt natürlich versuchen wollen, die Fernsehzuschauer wieder an den Fernseher zu locken, obwohl man auch natürlich weiß, man muss mit der Zukunft gehen, man muss die Sendungen auch On Demand anbieten können, beziehungsweise zu unterwegs. Und da appelliere ich auch weiterhin an die Privatsender, was ja die Öffentlich-Rechtlichen ja schon tun, versucht bitte eure Sendungen, eure Livestreams kostenlos anzubieten, wenn in einer mickrigen SD-Qualität halt so, dass es guckbar ist, auch mit einer 16K-Bambusleitung und bietet halt den HD-Stream halt kostenpflichtig an und nicht gleich direkt, wenn man Premium hat, kriegt man auch direkt sofort das Ganze. Das muss auch nicht sein, aber wir wissen ja, die Privaten sind dort knickrig und wollen das dann halt auch so machen. Es geht auch selbstverständlich um TV-Rechte, aber wenn man jeden Zuschauer erreichen will, muss man halt auch an seine Grenzen gehen, liebe, liebes deutsches Fernsehen. Also wenn ihr das gerne machen wollt, bitte tut es. Damit sind wir am Ende dieser heutigen Themasendung, haben gute 20 Minuten, fast 20 Minuten durchgekommen. Morgen gibt es Update Politik, dann natürlich mit allen Meldungen, so unter anderem auch zur Ehe für alle. Da gibt es die Abstimmung direkt am Freitag. Wie wir dann dort Update Politik machen, dann weiß ich nicht. Wahrscheinlich wird es mittendrin passieren, während der Aufzeichnung, wahrscheinlich auch erst danach oder halt auch schon davor, werden wir mal hoffen. Vielleicht werde ich das auch ein bisschen später voranziehen. Außerdem möchte ich gerne darauf hinweisen, dass wir auch auf Twitch öfters jetzt unterwegs sind. Schaut einfach mal rein, twitch.tv slash derchotv live, so heißt unser Twitch-Stream. Wir streamen in letzter Zeit sehr viel Minecraft. Das wird sich aber in nächster Zeit auch ein bisschen wieder ändern. Dann wird es wieder auch Yoshi's Island und auch viele andere Sachen geben. Und denkt dran, nächste Woche ist schon so langsam Richtung Sommerpause-Feeling. Denn nächste Woche verabschieden sich Game Boy Time, Update und Thema in die Sommerpause. Und wir werden dann im August wiederkommen. Natürlich ganz frisch und ganz fröhlich, form und frei. Das war es dann von meiner Seite aus hier von Thema. Alles weitere und natürlich auch die Links dazu sind in der Videobeschreibung zu finden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann morgen bei Update Politik wieder. Auf Wieder. Tschüss. ... ... Untertitelung des ZDF, 2020